Oh, ich habe ja schon eine Stärke von 390.000 im Armdrücken-Simulator. Warte mal, dann kann ich doch hier, wer ist das? Der Mafia-Boss. Dann kann ich den doch bestimmt schon herausfordern, oder? Moment, wir testen das mal direkt. Yes! Okay! Scheinbar habe ich das Spiel schon mal gespielt. Wir spielen heute den Armdrück-Simulator in Roblox, Freunde. Und ich habe hier irgendwie schon 390.000 Stärke. Aber wir sind trotzdem ganz am Anfang. 390.000 ist noch gar nicht so viel. Wir sind immer noch auf der ersten Map. Also so ein heftiger Vorteil ist das gar nicht. Aber scheinbar war ich in dem Game schon mal drin. Ich habe hier auch zwei Hunde, die mir folgen. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Aber er hat einen Helm auf. Und wir können hier jetzt sogar unsere Griffstärke trainieren. Ihr seht es oben in der Mitte. Wenn ich hier dieses Griffkraft-Trainings-Ding zusammendrücke, steigt meine Griffkraft. Und ich werde insgesamt noch stärker. Ihr seht es hier. 460.000. Jedes Mal, wenn ich drücke, werde ich stärker. Und dann können wir gleich hier sogar den Champion herausfordern. Wenn wir den nämlich besiegen, kommen wir direkt in die nächste Map. Hier steht nämlich Flucht aus der Schule. Wir sind scheinbar noch in der Armdrückschule. Und wir müssen erstmal ein bisschen besser werden, damit wir hier rauskommen. Aber ich habe hier auch irgendeine Quest. Warte mal. Was ist das denn hier? Handelsanfrage. Ich habe nichts zu handeln. Und wir können uns hier auch schon noch ein paar Geschenke abholen. Und es gibt sogar ein Glücksrad, wo wir einmal kostenlos dran drehen dürfen. Mal sehen, was wir bekommen. Wir kriegen... Oh, was ist das? Eine Wins-Potion. Kriegen wir dann doppelt so viele Wins? Warte mal. Wie kann ich den Trank... Hier kann ich den Trank benutzen. Ja, doppelte Siege kriegen wir. Ja, let's go. Den benutzen wir mal direkt. Den benutzen wir mal direkt. Und dann können wir jetzt... Pass auf. Wir treten jetzt gegen den Champion an, Freunde. Wir treten gegen ihn an. Wir sind stärker als Ergler. Wow. Das wird knapp. Das wird knapp. Oh, ich klicke so schnell ich kann. Oh, nee. Ich schaffe es nicht ganz, Freunde. Er besiegt uns. Er ist noch stärker im Armdrücken. Oh, das gibt es doch gar nicht. Okay. Okay, wir müssen unsere Griffkraft noch verbessern. Dann schaffen wir es vielleicht. Aber nicht nur die Griffkraft auch. Was ist das hier? Die Schlagstärke. Oh, bin ich VIP? Ich glaube, ich bin im VIP-Modus, Freunde. Guck mal. Ich kann den VIP-Schlagsack benutzen. Na, let's go. Ja, dann läuft das doch. Und jetzt haben wir schon 914.000 Stärke. Wenn das jetzt aber immer noch nicht reicht, um den Champ zu besiegen, wir fordern ihn nochmal heraus. Yes, jetzt reicht's. Guck mal, ich klicke. Oh, schneller klicken. Oh, das wird jetzt richtig schwierig am Ende. Aber yes. Yes. Wir haben den Champion besiegt, Leute. Und jetzt öffnen wir mal hier ein paar von den Eiern, oder? Hier gibt's so ein Lava-Ei. Da können, glaube ich, seltene Pets drin sein. Wir gucken mal, was haben wir denn? Wir haben hier einen Wolf. Der bringt uns irgendwie X4. Und so ein Flammending, das bringt uns X5. Okay. Wir ziehen mal. Komm, wir drücken mal automatisch. Ach, das kostet 19 Robux. Okay, warte. Dann machen wir ohne Robux. Wir öffnen einfach mal. Und wir kriegen hier nochmal einen Papagei. Okay. Ich öffne einfach mal, bis wir kein Geld mehr haben. Oh, einen Tiger. Der ist episch. Sehr cool. Noch ein Papagei. Okay. Am seltensten ist natürlich der Elefant. Der hat irgendwie nur 5% Chance. Also, wenn wir einen Elefanten ziehen, dann haben wir ein richtig starkes Haustier, was wir hier benutzen können. Und wir ziehen das letzte Mal, Freunde. Mein letztes Geld. Und wir haben nochmal einen Affen bekommen. Okay, warte mal. Ähm. Was kann ich hier alles herstellen? Oh. Was ist jetzt passiert? Oh, ich kann die Papageien irgendwie... Wow. Ich kann einen riesigen Papagei herstellen. Okay, warte mal. Was ist denn jetzt am besten hier? Moment mal. Der Tiger bringt uns mal 4. Der Wolf macht aber auch mal 4. Der Tiger hier macht aber mal 6. Okay. Moment mal. So. Der Papagei macht mal 5. Den rüsten wir aus. Okay. Der Tiger macht mal 6. Den rüsten wir auch aus. Haben wir noch irgendwas, was mal 6 bringt? Nee. Ich meine, wir können den etwas größeren Affen hier... Den können wir noch ausrüsten. Da haben wir jetzt ein paar große Pats hier dabei. Ich sehe nur den Affen nicht. Ist der Affe... Wo ist der Affe? Hallo? Wo ist der... Okay. Der Affe ist nicht da. Ich weiß es nicht. Und um jetzt hier in die nächste... In die nächste Map zu kommen, brauchen wir 15.000 Siege. Das heißt, wir müssen ganz oft hier den Champion besiegen, damit wir 15.000 Siege haben und in die nächste Map kommen. Deswegen erhöhe ich nochmal ein bisschen die Stärke, damit wir den leichter besiegen können und wir uns gar nicht anstrengen müssen. Wir werden den gleich so was von platt machen. Oh, und ich habe ein Ei geschenkt bekommen. Was ist hier drin? Ein Parasaurolophus? Ein Dinosaurier? Der macht mal 20.000? Was? Steht da wirklich mal 20.000 Boost? Hä? Ist das... Wirklich? Warte mal, was bringt uns das denn? Wow, ich kriege jetzt einfach 8 Millionen Stärke, wenn ich einmal drücke. Freunde, den habe ich hier aus so einem Geschenk rausbekommen. So ein kostenloses Geschenk, da war der Dino drin. Ich habe kein Geld für das Spiel ausgegeben. Der kam einfach da raus. Und jetzt bin ich turbostark. Hä? Guck mal, wie ich ihn jetzt besiege. Ich klicke kurz. Gewonnen. Was? Okay, warte. Ich mache mal Autokampf an gegen den Champ. Guck mal, wie easy wir jetzt hier gewinnen können. Hä? Ist das normal, dass man den bekommt? Mal 20.000? Vielleicht ist das damit neue Spieler schneller aufholen können. Weil ich glaube, die Besten im Game sind schon ziemlich gut. Und dann kann man natürlich schneller oben mitspielen, wenn man so ein heftiges Pad hat. Ey, Freunde, also. Arm-Drücken-Simulator. Schaut auf jeden Fall mal rein in Roblox. Scheinbar gibt es einen Extrem-Start-Boost. Und ich stande jetzt echt nur ganz kurz. Schon haben wir 27.000 Wins. Wir gehen mal in den Garten. Wir sind in den Garten geflüchtet. Und hier steht, besiege Cyber-Cop, um den Garten freizuschalten. Okay. Fliege ins Space-Gym. Gut. Wir fliegen mal ins Space-Gym. Was geht da ab? Muss ich jetzt hier gegen Aliens Arm-Drücken machen oder so? Wow. Hier gibt es Eier für 225.000 Wins. Okay, crazy. Was haben wir hier? Schurke-AI. Warte mal, warum brauche ich hier so viel? Warum brauche ich hier so extrem viel Stärke? 6,9 Millionen? Deswegen kriegt man auch diesen Dinosaurier, weil man sonst gar keine Chance hat. Daran liegt es, Freunde. So, warte mal. Okay, ich rüste mal das hier aus. Was kriege ich jetzt hier? 45. Ich kriege, guck mal, meine Stärke. Das ist doch nicht mehr normal, Freunde. Wie kann man so bodenlos schnell stark werden hier in dem Game? Hä? Okay, warte. Hier können wir uns gleich nochmal Eier kaufen, aber das bringt uns eh nichts. Wir haben diesen komischen Dinosaurier. Der bringt uns schon so viel. So, was gibt es hier? Hier, jedes Mal, wenn ich Ripperdog besiege, kriege ich ein Ei. Wer ist Ripperdog? Der hier. Jedes Mal, wenn ich den hier besiege, kriege ich so ein seltenes Ei hier, oder was? Ein Bricky Egg? Oh, okay. Ja, warte. Wie viel hat der? 3 Milliarden? Kein Problem. 3,1 Milliarden, um genau zu sein. Schauen wir doch mal. Ich habe jetzt schon fast 5 Milliarden. Sollte also kein Problem sein, den Ripperdog jetzt hier mal. Äh. Oh, der ist hier. Der ist aber ganz schön stark. Okay, okay. Ja. Ja, 5 Milliarden stärker. Wir müssen ein bisschen stärker werden. 5 Milliarden stärker reicht dann wohl doch nicht. Wir müssen noch ein bisschen viel stärker sein, um ihn zu besiegen. Aber kein Problem. Ich kümmere mich drum. Testen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir 14,2 Milliarden stärker haben. Übrigens habe ich hier jetzt auch noch so einen Frosthund. Den habe ich hier aus dem kostenlosen Saison 5 Ei bekommen. Das könnt ihr einfach annehmen, wenn ihr irgendwie ein paar Bosse besiegt oder so. Kriegt ihr das auch umsonst, Freunde. So, jetzt gegen den Ripperdog. Let's go. Jetzt. Ja. Jetzt bin ich stark genug. Easy. Easy. So. Und ich kann Anspruch 1. So. Guck mal. Ich kriege hier einen Blocky Bunny. Wie viel macht der? 5000. Okay, ist gar nicht so viel. Gut, Freunde. Ich werde Ripperdog jetzt einfach ein paar Mal besiegen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich ihn jetzt besiege, kann ich dieses Ei einsammeln. Und wir kriegen 750.000 Wins. Ey, das geht jetzt ja mega cool. Let's go. Ich habe es jetzt mal eine Weile durchlaufen lassen. Wir schauen mal. Ja, ich kann jetzt 18 Mal dieses Ei öffnen, Leute. Wir haben jetzt hier so einen Welpen. Pass auf, was wir brauchen, ist hier so dieses Hühnchen oder dieses Pixel-Ding. Was natürlich crazy wäre, wäre diese Eule mal 3,7 Millionen. Ich öffne das jetzt einfach hier mal alles 16 Eier oder was. Und wir schauen mal, was wir bekommen. Und auch die nicht so guten Pads können wir ja gleich kombinieren zu besseren Pads. Es ist einfach abgefahren, Freunde. Okay, wir haben nicht einmal dieses Hühnchen bekommen. Jetzt habe ich zwar ganz viele. Pass auf, wir machen mal alles herstellen und drücken das einfach nochmal. Jetzt haben wir einen großen Ziegelwelpen. Der macht mal 1,6 K nur? Müsste der nicht mehr machen? Warte mal, macht dieser Welpe so wenig? Ah ja, der macht nur 800. Ah, wir brauchen mindestens diesen Blocky Bunny, sonst lohnt sich das gar nicht. Und ich gebe jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen Robux aus, Freunde. Dann können wir uns nämlich noch mehr Haustiere ausrüsten. Hier, guck mal. Kann ich den Blocky Bunny nämlich ausrüsten? Und ja, der Welpe bringt jetzt halt nicht so viel, ne? Das bedeutet ja dann natürlich, warte mal, erstmal muss ich hier das Inventar aufräumen. Wir haben zu viel, zu viel Müll hier rum. Obwohl, den kleinen Hund hier, den behalten wir. Der ist süß. Den kleinen Hund hier gebe ich nicht ab. Der ist, der ist ein Feini. Ich meine, wir haben jetzt natürlich trotzdem extreme Stärke, die wir hier jetzt sammeln. Wenn wir drücken 145 Millionen. Und hier der Boss braucht 41 Milliarden. Das schaffen wir heute, glaube ich, auch noch. Und kann ich hier, ich habe hier Erfahrung, aber ich glaube, ich kann, ja, irgendwie noch nichts Neues öffnen. Vielleicht sollte ich aber auch, warte mal, wir gucken mal kurz in den Shop. Habe ich hier einen Glückstrang? Oh, habe ich. Glückboost für Eier. Den könnte ich benutzen. Okay, warte mal. Dann hauen wir den. Pass auf. Wir machen den Ripper Dog noch ein paar Mal fertig. Und ich öffne nochmal diese Eier. Aber mit Glücksboost. Weil ich meine, so ein Constructo-Ding hier, so das Hühnchen, das macht mal 70.000. Das wäre dann unser stärkstes Pad. Also das würde sich schon lohnen, glaube ich. Was kann man eigentlich hier in der Mitte machen? Können wir hier irgendwas? Oh, wir können verzaubern mit Rebirth. Okay. Da müssen wir vielleicht uns später auch mal drum kümmern. Aber vielleicht sollte ich hier auch mal ein paar Rebirths machen, anstatt die ganze Zeit. Warte mal, wenn ich das jetzt mache. Ah ja. Oh, wie viele Rebirths kann ich hier jetzt machen? Warte mal. Wow. Guck mal. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Wow, wie viele Rebirths wir gerade dazubekommen haben. Jetzt sind wir nochmal viel stärker. Ey, let's go. Was Rebirth natürlich macht, ihr seht, ist, es senkt unsere Power. Die wurde auf Null zurückgesetzt. Aber guck mal, ich kriege jetzt mit jeder Bizeps-Wiederholung, wenn ich meinen Arm trainiere, kriege ich hier jetzt 300 Millionen Kraft dazu. Das ist echt heftig. Also, ich bin gleich direkt wieder stark genug, dass wir Ripperdog wieder herausfordern können. Wir gehen jetzt mal noch hier rüber und hauen nochmal ein bisschen am Sandsack. Auch das bringt extrem viel jetzt. Let's go. Oh, Freunde, und ich habe noch ein paar von den Eiern geöffnet und habe es jetzt hier bekommen. Das Constructo-Küken. Einfach so ein kleines Hütchen mit einem Hammer. Der baut dir dann dein Haus zusammen oder so. Und wir haben noch 30 Eier, die ich öffnen kann. Ich mache die mal alle auf, Freunde. Und dann haben wir gleich natürlich einen richtig, richtig guten Bonus hier. Ich meine, den haben wir ja jetzt schon. Ich kann das jetzt ja auch ausrüsten, weil ich mir ja eben da gekauft habe, dass wir jetzt fünf Pads ausrüsten können. Und von den anderen Pads kann ich noch ein paar kombinieren hier. Auch dieser Blocky Bunny jetzt hier mit 10.000. Richtig gut. Der wird auch erst mal wieder ausgerüstet. Let's go. Richtig, richtig strong. Kann man die eigentlich nochmal hier kombinieren, diese Welpendinger? Weil wir haben doch hier so eine Goliath-Maschine. Kann ich? Du brauchst 100 Schrauben. Okay, Schrauben habe ich keine. Das ist natürlich schlecht. Alle Eier fertig geöffnet. Jetzt haben wir hier noch so ein Hühnchen gezogen. Warte, ich kann mal hier aber noch ein bisschen. Ah, okay. Mehr kann ich nicht herstellen. Ähm, jetzt haben wir hier noch so ein Blocky Bunny auf 10.000. Das hier ist auf 15.000. Ja, sind wir auf jeden Fall gut, gut, gut ausgerüstet. Die haben ja sogar noch irgendwie so eine Verzauberung drin, diese Hühnchen. Und jetzt schauen wir mal kurz, Freunde. Wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt so eine Hantel nehmen und die benutzen, machen wir eine Milliarde Bonus, Leute. Und guck mal hier. Schurke AI. So ein Schurkenroboter, ein böser Roboter. Der hat 41 Milliarden Stärke, die wir brauchen. Und das sollte also gar kein Problem sein. Wir sind schon fast bei 70 Milliarden. Und wenn ich hier reinhaue, guck mal, wie schnell das steigt. Yo. Okay. Wir werden jetzt den bösen Roboter, den bösen Roboter werden wir jetzt sowas von besiegen. Warte, wir machen noch ein bisschen die Handstärke, unsere Handkraft, die Griffkraft noch ein bisschen besser. Damit wir über 100 Milliarden sind. Easy. Und jetzt werden wir den bösen Roboter herausfahren. Let's go. Boah, es ist sogar ein bisschen knapp. Warte mal. Wow. Ich muss mich richtig anstellen. Warte. Ich muss drücken. Yes. Klick, klick, klick. Warte, ich schaff's aber. Ich schaff's. Come on, come on, come on. Ja. Ja. Und wir. Wir haben ihn besiegt, Freunde. Und wir haben sogar 44 Millionen Wins jetzt. Das heißt, wir können auch easy jetzt hier durch. Und kommen zum Strand. Und hier am Strand müssen wir den Krakenboss besiegen. Schaut euch den mal an. Gibt's hier auch irgendwie eine Veranstaltung? Ah ne. Ist alles noch, geht alles noch um den Ripper Dog. Aber wir haben hier einen Hai, den Meerjungfraukönig, einen dicken Pirat und eine Kokosnuss. Okay. Aber was gibt's hier für Eier? Die kosten 5 Millionen, 25 Millionen. Äh, wie stark sind die dann? Alter, die sehen aber krass aus, die Dinger, die man hier bekommen kann, ne? Wie so Krakenmonster. Hier sind so, so Truhen. Oh, warte mal. Das hier oben ist das teuerste. 15 Milliarden. Oha. Okay, warte mal. Ich will mal so ein 25 Millionen Ei öffnen. Wir kriegen Coco selten. Wie stark ist das? Mal 79? Hä? Sind was? Wie, nur mal 79? Das kann aber nicht sein, oder? Aber keine Ahnung, Freunde. Wenn ihr noch mehr vom Abendrück-Simulator sehen wollt, lasst natürlich einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.